Kilo Alpha 3 Verstärkung des Feindes im Anflug, Delta ist jetzt online Wird Zeit, dass Sie Ihre Waffen einsetzen können, erobern Sie dieses Gebiet für unsere Fraktion Ah, du bist gerade abgesetzt Ich komme gerade auf die Dach Los, Bewegung! Verstärkung bereit zur Entsendung Feindliche Verstärkung ist eingetroffen Ja, hier! Ja! Ja! Los geht's! Bravo! Ist online! Feindliche Kräfte im Amnarsch! Loft! Das war der Wapel nicht so schön. Der zweite Update. Ach Charlie. Ach Charlie, ist der hier? Charlie wurde gesichert. Delta ist eingenommen. Feindliches Kommando hat Verstärkung angefordert. Die sind ja echt hot, denke ich. Die fünf Schuss mit der Spurkante. Echo ist da! Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ja! Die Verstärkungstrop-Signal ist online. Ja genau! Das ist doch kein Pindeschen! Sie haben noch nichts gewonnen! Ich nähere mich an! Alles klar! Bei Foxtrot kommt es zu kämpfen! Bitten um Verstärkung! Schreiben Sie uns Echo gut! Verstärkung ist eingetroffen! Granate! Alpha ist jetzt online! Verstärkung des Feindes im Anflug! Granate im Anflug! Verstärkung! Verstärkung ist unterwegs! Verstärkung ist unterwegs! Verstärkung ist unterwegs! Verstärkung ist unterwegs! Achtung! Granate! Verstärkung ist eingetroffen! Foxtrot gehört uns! verstärkung des feindes im anflug Verstärkung bereit zur Entsendung Wir haben Bravo beansprucht, feindliches Kommando hat Verstärkung angefordert Charlie wurde gesichert, Alpha ist jetzt online Bravo ist online, Verstärkung im Anflug Feindliche Kräfte im Anmarsch Wir drängen den Feind zurück, gönnen sie ihn keine Verstärkung ist eingetroffen, Charlie ist jetzt online Wir haben Bravo beansprucht Ich war das, ich brauche immerhin schnell Energie Peter ist jetzt online, Verstärkung ist unterwegs Feindliche Verstärkung ist eingetroffen Oh je, da kommt eine richtige Horde runter Werft eine Granate Läuft vor mir Lade noch, brauche Deckung Granate kommt Ziel eliminiert Stieglich ausschweifend Charlie wurde gesichert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh, da sind da einige Oh, ich muss hier raus. Oh, ich muss hier raus. schild deaktiviert schild deaktiviert verließ man das Action-Roycer nur noch ein Fall übrig töten sie ihn ist noch einer? wo ist er? bravo ist online areal gesichert, alle Ziele aufgeschaltet gut gemacht, sie können ihre Belohnungen in unserem Hafen einlösen ja, das war eine gute Runde das ging jetzt doch mal ein bisschen besser schöne Löcher in der Hand so, ihr schaut fotografiert bitte mal gesperren, wie es noch aussieht und ich bin jetzt gerade aufgeregt ja, ok sobald ich im Schiff bin, mach ich die Vielen Dank.